oh mein lieben freunde willkommen zurück zu einer weiteren folge kanio 3 der letzten folge waren wir draußen unterwegs die vogelscheuchte abgehauen abends fängt schon und der scheiß clown abzuhauen und wir sollten das auto springt nicht an wohl das heißt muss ich jetzt am auto nein ich geh nicht am auto leck mich am arsch das auto springt nicht an und wir sollen noch einen tag länger bleiben das ist perfekt was will man mehr in so einem tollen haus dass man noch einen tag länger bleibt welchem zimmer war ich denn jetzt weiß ich nicht mal in welchem zimmer ich noch mal war es ist tag hallo muss ich nach oben richtig ich bin mir nicht mehr sicher hier lang hier lang hier konnte man in den schlangen hier war das zimmer ich habe schon wieder verlaufen ich habe schon wieder verlaufen extrem ich hasse das dass es mich so ultra mega toll verlaufen ich liebe das unheimlich das zimmer war es das zimmer war es das zimmer war es gibt es irgendwo ein streschholz oh gott diese puken gibt es irgendwas zu suchen ob 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 auf und auf ist das ist eine Hallo? Tür ist zu. Ist da Licht? Hä? Ist doch kein Sinn. Hallo? Muss ich das nochmal raus? Oder was? Mein lieber Charakter, Jakob, bitte wasch. Hallo? Ich hätte gerne irgendwas, das zu sagen. Egal was. Irgendwas, damit ich weiterkomme. Wäre ultra nett. Kommen wir hier die Küche wieder an. Das ist lecker ein Topf von einem Monat. Ein Monatseintopf. Fleisch, das sieht doch frisch aus. Ob es schmeckt, ist eine andere Sache. Verleck mich am Arsch. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen passenden Dunst. Muss ich wieder raus? Vogelscheuche oder was? Ich werde sowas von bereuen wahrscheinlich, wenn ich nochmal rausgehen zu Vogelscheuche. Oder muss ich zum Auto raus? Hallo? 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 Ja, ist offen. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen passenden Dunst. Ich kann mich hier weiterverhoben. Kannst du bitte was sagen? Mein lieber Charakter. wo ich hier weiter gehen soll das wäre wirklich nett das wäre wirklich nett da ist das Bad könnte ich mal Maschleck mit oder spielen Schlafzimmer glaube ich einer der hunderten hier Hallo was ist lang wo war ich noch nicht wo war ich schon da glaube ich steht nicht zu Hallo Hallo Konnichiwa 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 Ich bin so knapp an äh ich bin so knapp an steilscholzen an alles ich dachte nicht dass es knapp wird ich brauche viel zu lange um hier was zu finden ich renne auch schon ganz im Kreis ich weiß was bedeutet komm schon äh lieber Charakter ich bin so knapp an ich bin so knapp an ich bin so knapp an irgendwas wo ich hin muss ich weiß was ich jetzt ooooh pfff Hallo hooo schnitzel schnitzel ach hier bin ich wieder ach muah ähm ich glaube es ist eine gute Idee raus zu gehen hallo oh gott wo habe ich mich erschockt wieso geht das Ding an warum 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 strescholzen boah alter hab ich mich erschockt die clown sitzt da das gefällt mir aber nicht wieso ist der clown da wieso sind gegen die strescholze an ich habe gar keinen benutzt f*** die henne boah alter hab ich mich erschockt von der Kerze ganz oft von der dämlichen Kerze hab ich mich erschockt das ist im kernsehen ne kein bauersuchfrau oder so ähnliches bisschen lieber klar nix pst ich habe das gefühl ich muss nochmal zurück ins fernsehzimmer oh nöööööööööööööö Swan ist noch da ne Was soll ich das nicht ausmachen, oder? Ich würde es bereuen wahrscheinlich, wenn ich da so einen Fernseher kenne. Ja, ist ja gut, komm jetzt raus, du Lulatsch! Ja, ich habe dich ganz genau gesehen, wie auch immer du warst, ich habe irgendwas flippern sehen. Wo soll ich jetzt im Fernsehzimmer? Hallo? Muss ich das Ding anmachen? Übersehe ich irgendwas? Hä? Jetzt? Ich bin blind, Leute! WTF? Was muss ich in dem Zimmer jetzt machen? Wir haben doch jetzt schon so versucht das überhaupt. Ich muss an der Decke etwas... Ich verstehe nicht. Was ist hier los? So gehen alle Kerzen auf einmal. Oh nein! Äh, bin ich jetzt in die richtige Richtung oder wieso geht das hier alles an? Boah, hört doch mal bitte auf. Musch ich jetzt nach oben. Aha. Hier geht nichts mehr an. Was heißt, warte. Lass ich hier rein? Hä? Und nun? Äh, verstehe ich nicht. Oh, was ist da denn? Hallo? Oh mein Gott. Ja. Geht ich weiter nach oben? Hier? Nein. Nein. Die Kerzen hören ja auf an zu gehen. Okay. Ja. 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 Da ist ein Schlüssel. Leute. Boah. Warum ist da ein Schlüssel? Die Frage ist, wo muss ich jetzt wieder hin? So. So. Das ist das tolle Zimmer. Muss ich jetzt runter oder weiter nach oben? So. Ist schon offen. Das ist wahrscheinlich auch schon offen. Super toll. Ich gehe einfach mal nach oben. Hallo? So. Wo ist die? Hier war das Bad. Hier war das Bad. Ich tue es auch zu. Nee. Das heißt? Ich hab immer noch... Ich hab keine Ahnung wo ich hin soll. Hier rumflattern oder was? Immer noch zu. Okay. Okay. Das heißt du bist nicht Schlüssel dafür. Da war ich schon. Geht nicht weiter. Ich bin komplett verwirrt. Da geht... Da war die... Okay. Da war nix. Da war auch nix. Ach meine... Was ist das für ein Zimmer? Ach was... Zukunft... Das ist die... Ähm... Du bist dafür. Was musst du denn für ein Zimmer? Batterien! Diese Nacht haben wir beide kein Auge zu bekommen. Die Geräusche hier im Haus wurden immer schlimmer. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja. 23. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir dann die tollen Geräusche. Ja, tut mal wieder eine kurze Folge. Aber wenigstens kommt was hoch. Für euch, damit ihr euch gruseln könnt. Ich bedanke mich wieder für's Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen. Feedback, was ich verbessern kann, sagt es mir gerne in die Kommentare rein. Haut rein damit. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.